Zwei Jahre Ausrutscher bedeutet zwei Jahre lang tolle Events, zwei Jahre Appeschi der Sonderklasse, zwei Jahre in denen viel passiert ist. Viele Stammgäste sind heute hier, um mitzufeiern. Grandmas Chocolate Cake wird live performen und wir lassen uns die Geburtstagsparty natürlich nicht entgehen. Ramona und Diana, warum seid ihr heute hier? Kommt mal nökenner Lerner auf mit Bitsa Gaudi her. Dominik, wie lange bist du denn hier? Ich bin schon sieben in einem ganzen Leben in der Schora. Du arbeitest von Anfang an im Ausrutscher. Richtig. Und was hast du in den zwei Jahren alles erlebt? Alles Mögliche. Nur das Beste, was mir im Leben passiert, ist mir auf jeden Fall da passiert. Drei Warte zum Ausrutscher. Also dass der Ausrutscher so bliebt, wer er ist und dass er die gute Musik beipaltet. Es ist eigentlich eine geile Arbeit. Ich will, dass es so bliebt, wie es ist und einfach ein geiles Beste ist. Er ist einzigartig, super und was Besonderes und so soll es so bleiben. Es ist eigentlich ein Geil. Und was ist das Allerallerbeste? Ausrutschen! Zwei erfolgreiche Jahre im Ausrutscher sind vorbei. Weitere werden mit Sicherheit folgen, denn mit dieser Crew und diesem tollen Programm kann nichts schief gehen.